Die Bundesliga-Saison steht vor der Tür und die Fans von Borussia Mönchengladbach können es kaum erwarten, ihre Mannschaft auf dem Platz zu sehen. Einer der größten Zweifel für das erste Spiel ist die körperliche Verfassung von Verteidiger Nico Elwedi, einer der Säulen der Gladbacher Abwehr. Für die Fans gibt es aber eine gute Nachricht. Laut der Rheinischen Post soll Elwedi am Freitag für sein Debüt bereit sein. Der 27-jährige Elwedi kehrte nach einer einwöchigen Abwesenheit wegen einer Knöchelverletzung ins Training zurück. Diese Verletzung schloss ihn aus dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Erzgebirge Aue aus, in dem Gladbach mit 3 zu 1 gewann. Es scheint jedoch, dass die Situation nicht so ernst war wie zunächst befürchtet. Am Dienstag nahm Elwedi bereits am kompletten Mannschaftstraining teil, zu dem auch ein Übungsspiel gehörte. Diese Rückkehr zum Training ist eine Erleichterung für den Trainer und die Fans, die sich der Bedeutung von Elwedi für das Defensivsystem der Mannschaft bewusst sind. Seine Präsenz auf dem Spielfeld gibt Sicherheit und seine Erfahrung ist entscheidend, um die Abwehr organisiert zu halten, insbesondere gegen starke Gegner wie Bayer Leverkusen, das Gladbachs erste Herausforderung in der Bundesliga sein wird. Sofern nichts Unvorhergesehenes passiert, sollte Elwedi für das Eröffnungsspiel daheim gegen Bayer Leverkusen zur Verfügung stehen. Der Schweizer Verteidiger ist ein Schlüsselspieler im Kader und seine rechtzeitige Genesung vor dem Spiel verleiht dem Team zusätzliche Energie. Die Fans sind zuversichtlich, dass er dazu beitragen kann, den Angriff des Gegners einzudämmen und zu einem guten Ergebnis zum Saisonauftakt beizutragen. Nico Elwedi ist nicht nur ein weiterer Spieler im Kader, er ist eine der Säulen des Teams. Seit seiner Ankunft bei Borussia Mönchengladbach ist er in der Abwehr stets präsent und hat sich das Vertrauen von Trainern, Mitspielern und natürlich den Fans erworben. Seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen, gepaart mit seiner Ruhe und Präzision im Zweikampf machen ihn zu einem der angesehensten Verteidiger der Bundesliga. Wenn Elwedi zu 100% bereit für sein Debüt ist, wird Borussia Mönchengladbach eine deutliche Verstärkung in der Abwehr haben. Dies ist umso wichtiger, wenn man die Offensivkraft von Bayer Leverkusen bedenkt, die in diesem Duell sicherlich mit voller Wucht antreten wird. Elwedi auf dem Feld zu halten bedeutet, die Chancen auf ein positives Ergebnis zu erhöhen und die Saison mit dem richtigen Fuß zu beginnen. Sind Sie zuversichtlich, dass Nico Elwedi zum Eröffnungsspiel gegen Bayer Leverkusen zurückkehren wird?